Da hat 1977 Egon Kellner die Vogel runter gehört und hätte sich Lydia Bernhard zur Königin gewählt. Oh, jetzt zittern wir mal alle her. Oh, hey, 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 hey. Oh, oh. Wir haben den König, ein Kaiser, Michael Lerner. Hat den Vogel mit dem 219 Schuss den Garaus gemacht. Oh, und meine Damen und Herren, bitte, gut, gut, gut. Was kommt denn auf dem Tracht, nenne ich? Gut, gut. Werden, ich wäre auf dem Tracht. Yeeah, die Tacht, die Tacht, die Tacht, die Tacht, die Tacht, die Tacht. den Krone hat heute Morgen herum den Orsgab, das Setzer Michael Wachlowski, den Reichsabteil Holger Husch, ich darf grüße Simon Schüter und der rechte Flügel von der Seite, Michael Lohner. Liebe Offiziere, liebe Olske-Auswahrer, liebe Pfarrer Oberwart und liebe Frau Brustmann, und zunächst einmal schön, dass wir uns da außen einen neuen schützten König, nein sogar einen schützten Kaiser hatten, aber bei diesem Kaiserwetter wusste das ja was, dass sie gewesen wären. Bevor ich noch Michael und dich programmieren würde und dich für Diana, möchte ich mich aber auch ganz herzlich bedanken bei Frank und Dieter, euch beiden ein ganz herzliches Leiterstück für dieses spannende Schießen, was ihr überhaupt ermöglicht habt. Und ich weiß, ihr werdet auch gerne geworden. Und das ist ein schönes Zeichen, dass hier im Schützenverein große Freude ist, Schützenkönig zu werden. Und deswegen für euch einen riesen Applaus, schön, dass ihr mitgemacht habt. Lieber Markus, darf ich dich? Liebe Manuela, dich nach vorne, bitte. Ja, lieber Markus, jetzt muss ich leider, ich komme gleich noch mal zu dir und bedanke mich ganz herzlich, aber jetzt zunächst einmal, und ich sehe leider, Ihnen Sieg mir, wenn wir irgendwie da eine Macht oder eine Königswürde aussuchen, nämlich diese Kette. Ja. Hier ein bisschen. Ja. Ja. Es war da, ich zu. Ja. Der neue Kaiser, er lebe, er lebe, er lebe, die neue Königin, sie lebe, sie lebe, sie lebe, sie lebe, sie lebe, sie lebe. Schön, dass ihr diese wichtige Aufgabe übernehmt und ich wünsche euch von Herzen für die zwei Jahre, die jetzt kommen, ganz, ganz viele schöne Ereignisse, Erlebnisse, viel Geselligkeit, viel Gemeinschaft und für euch noch einmal einen Riesenapplaus. Herzlichen Glückwunsch! Ebenso herzlich möchte ich euch sagen für die Regentschaft und dass ihr gestern einen tollen Abend uns präsentierte, einen wundervollen Umzug und als Zeichen der Dankbarkeit bekommt ihr jetzt noch als eine kleine Erinnerung. Und du als Orden, du als Brösche, das Stattigen von 1251, Niedersombinale, 1420, ist auch aus Wachs, das alle will zu schnell schmelzen und an einen Bronzenapplaus, der euch an diese wunderschöne Zeit erinnern soll. Und, lieber Markus, kannst mich ja fragen, man kann ja noch ein zweites machen. Und, lieber Markus, kannst mich ja fragen, man kann ja noch einmal einen Riesenapplaus, der euch an diese wunderschöne Zeit erinnern soll. Und, lieber Markus, kannst mich ja fragen, man kann ja noch einmal einen Riesenapplaus, der euch an diese wunderschöne Zeit erinnern soll. Und, lieber Markus, kannst mich ja fragen, man kann ja noch einmal einen Riesenapplaus, der euch an diese wunderschöne Zeit erinnern soll.